Was sind Viren? Viren sind winzig, bis zu 100 Mal kleiner als Bakterien. Deshalb kann man sie nur unter einem Elektronenmikroskop sehen. Viren haben keine eigene Zelle und keinen eigenen Stoffwechsel. Außerdem können sie sich nicht ohne fremde Hilfe vermehren. Deshalb sind sie genau genommen auch keine Lebewesen. Wie vermehren sich Viren? Viren lassen andere für sich arbeiten, sogenannte Wirtszellen. Haben wir uns mit einem Virus angesteckt, dockt es an eine Körperzelle an. Und programmiert diese so um, dass sie neue Viren produziert und nicht mehr ihren eigenen Stoffwechsel durchführt. Dann werden die reifen Viruspartikel zu Tausenden freigesetzt und suchen sich eine neue Wirtszelle.